Jemand wusste, wo er das Kopf erläugert hat, denn umgekehrt, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Es war ja gar keine Untersuchungskommission. Ich nenne es nur so, weil ich keinen anderen Namen dafür kenne. Es wurde ja gar nichts untersucht. Ich nenne es nur verhaftet, aber von einer Kommission. Eine Organisation, die nicht nur bestechliche Wächter, ländische Aufseher und Untersuchungsrichter beschäftigt, HÜNK, 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 Sondern die weiterhin jedenfalls eine Richterschaft hohen und höchsten Grades unter Händen mit dem unzähligen, unumgänglichen Gefolge von Dienern, Schreibern, Gendarmen und anderen Hilfskräften. Vielleicht, vielleicht sogar HÜNKER! Ihr heilt euch auch von diesem Mord nicht zurück! Josef, du hattest immer so ein richtiges Urteilsvermögen. Und ausgerechnet jetzt verlässt ich dich! Nichts! Nein! 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 Dann erscheinen das re coule. Du missverstehst die Tatsache, dass das Verfahren allmählich ins Urteil übergeht. Das Verfahren! Das Verfahren geht allmählich ins Urteil übergeht.